So Leute, was geht ab? Ich wollte euch noch kurz mitteilen, dass das der erhebliche Vorteil ist. Wenn man Künstler ist. Und sich somit vom Sport drücken kann, wenn man sich angeblich fertig machen muss. Aber das macht ihr ganz toll, Jungs! Ich bin nicht online. Pack den Flieger, mach ne Woche auf, entspannt. Und mein Live Chico mäßig im goldenen Käfig. Brauch Abstand von all dem Problem. Vielleicht leicht überheblich, doch aufgeben geht nicht. Kann lang schon kein Ende mehr sehen. Mal mit. Was geht ab, meine Freunde? Ja, heute noch ein Videodreh, wofür wir noch ein bisschen an der Hook arbeiten müssen. Weil, ihr kennt uns, wir sind noch nicht 100% von der Hook überzeugt und wollen natürlich 100%. Deswegen arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann könnt ihr euch das in Ruhe zu Hause anschauen. Wie gesagt, wir sind hier in Griechenland mit dem Pool vor der Tür. Uns geht's gut. Ständiger Weg, Asphalt zum Strand. Der Erfolg, dort nicht mehr lang. Für die Fans, unendlich dampfbar. Scheine so grün wie mein Ganja. Der Moment der Entscheidung. Der Wahrheit, ne? Der Wahrheit. Ständiger Weg, Asphalt zum Strand. Eine neue Hook präsentieren. Das ist aber ganz laut, oder? Ständiger Weg, Asphalt zum Strand. Der Erfolg, dort nicht mehr lang. Für die Fans, unendlich dampfbar. Scheine so grün wie mein Ganja. Schlaß nicht grad, frik im Glas, kommt den Sonnenuntergang. Zeigbar hart, doch durch Spaß, nicht mehr jobben, stoppen lang. Gerade rechtzeitig exportieren wir jetzt die Hook, die wir wirklich im Kopf hatten, umgesetzt. Harte Arbeit auch im Urlaub. Harte Arbeit auch im Urlaub. Wir sind gespannt, auf jeden Fall, wenn wir gleich das Video drehen. Text, Martel, aus der Schengen. Ständiger Weg, Asphalt zum Strand. Ständiger Weg, Asphalt zum Strand. Der Erfolg, dort nicht mehr lang. Zu der launchigen Lounge-Musik. MTV Cribs und so. Ich bin echt begeistert, überwältigt. Diese Luft, einfach alles. Straight auf die Eins, keine Dates mit dem Feind. Druck aufs Gaspedal, es ist late in der Night. Gibt das Pape, macht was klein, für den Hate keine Zeit. Es geht straight auf die Eins, straight auf die Eins. Doch der Weg ist kein leichter. Kommst du von hier, ist das Leben nicht einfach. Straight auf die Eins. Last round. Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich immer noch im selben Haus, das wir aber heute wechseln werden. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir natürlich nicht hier nur zum Urlaub machen hingekommen sind. Wir sind dabei, eine ganz neue EP für euch zu machen. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir eine zweite EP machen. Und dazu haben wir uns gedacht, wo lässt man sich denn besser inspirieren, als im wundervollen Griechenland. Von daher sind wir heute hier noch in dem Haus, was aber leider für uns zu klein ist. Deswegen werden wir heute in eine andere Stadt fahren. Und werden dann für den Rest der Woche in dem Haus bleiben. Was geht ab? Ab den Fisch, Mann. Griechenland, hier gibt es keine Polizei. Oh, Bruder. Bruder, guck mal. Kann man da runter? Träume. 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 Komplett. So. Dräume. Träume. Vorsicht. Ich verlaufe mich in der eigenen Villa, so vom Style her. Also Essen dauert noch so eine Stunde übrigens, nur so klein und so. Nur, oder isst schon in einer Stunde. Ich verliess drauf. Wir sollen ja hier mal so ein bisschen vloggen. Was ist so schwer, Digga? Ich zeige euch jetzt mal unseren Kühlschrank. Einen wundervollen Kühlschrank. Man sieht hier einige Biere. Einige Biere. Da unten sind auch noch mal einige Biere. Und auch im Haus befinden sich noch einige Biere. Ist schon einfach wundervoll. Da oben sitzt der Billage 23. Der Waffe klein und handlich. Ganz klare Sache. Wie kann das Leben nur so nice sein? Ey. 9 to 5 zum Highlife. Ey. Sag den ganzen Sorg bye bye. Ey. Was geht ab Freunde? Die Jungs sind das Essen amachen. Gleich wird erstmal gegessen. Griechischer Wein. Ist so wie das Blut der Erde kommt. Schenkt rein. Ist das schon so? Ist die A? Da fette die Bruce Lee und so ne? Bruder, happy! War gut, Sport? Bruder, ich sag dir, für jemanden, der gar keinen Sport macht, hat der Junge mich ordentlich auseinandergenommen. Fertig, ich hab's gesehen. Über den Geborgen wieder zurückzufangen. Valentino, wie war das Training? Training war gut, wir sind bereit fürs Spiel heute, die Mannschaft ist ready. Die werden alle so fit sein nach dem Urlaub. Ja, ja, ist so. Heute, also mit Coach Bombay da, haben wir schon einen guten Coach am Start. Genau, also jetzt wirklich mit dabei und das kann man wirklich nur hier. Hier, Wasser trinken. Wie hat dir die Liegestütze gefallen? Ist richtig, sehr gut. Ich hab auch keine Frauen Liegestütze gemacht, das war alles, äh, alles... Das haben wir auf Kamera, Junge. Wait a minute! Alter, aus dem Bilderbuch, kein Tropfen Wasser, nix! So, hier wird jetzt das Setup aufgebaut. Äh, kleine Session, heute noch Musikvideodreh, Song noch fertigstellen. Mal wieder Just in Time. Mal wieder aufgeben. Bitte! Ich muss leider los. Ich kann leider nicht aufbauen, wie schade. Ja! 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 Bab 막 wissen wir auch anders. Ja. Ja, hm, das war dein Kleinst 일. Ich muss jetzt mal sehen. Eine hast zoblig Blog danebenrieren. Ja, wir Nonetheless lieben die nicht,,. ist das jetzt der part schon nein du fall zum highlight sagt den ganzen sorgen bei bei und die sonne knallt mich glaub ich hab mich verliebt das war gut aber am ende kam irgendwie so sagt den ganzen sonnen so ein bisschen genau aber da wollte ich den fokus da gelegt auf die ganze ja 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 darum war ich mach einfach locker für mich auch noch keine effekte drauf habe ich ja gelernt auf englisch wie wird das geschrieben er oben geh haben noch fragen bildungsauftrag ich halte meinen mund jetzt für den ganzen urlaub ich war noch nie so aufgeregt ohne witz das haben wir noch nie gehabt song am gleichen tag und video rechtzeitig exportieren wir jetzt die hook die wir wirklich im kopf hatten umgesetzt sind gespannt auf jeden fall wenn wir gleich was geht ab meine freunde ich hoffe euch allen geht es gut wir sind gerade dabei ein musikvideo zu drehen wir haben heute ein song geschrieben heute aufgenommen und heute drehen wir das musikvideo deswegen bleibt gespannt und ein mann ein wort wir haben ein song fertig gemacht aber um ehrlich zu sein haben wir schon drei songs fertig gemacht so und jetzt sind wir soweit so durch und die jungs die sind gerade dabei hier gleich essen ready zu machen und dann wird gegessen mal hier auf den salat was ein perfekter salat schon wieder hier zubereiten wurde von tagteam belich und mir die balkan connection hier ist die griechisch deutsche connection die kartoffeln so weiter was geht ab ich wollte euch noch kurz mitteilen dass das der erhebliche vorteil ist wenn man künstler ist und sich somit vom sport drücken kann wenn man sich angeblich fertig macht aber das macht ihr ganz toll jungs Leute wollen fotos ihn erkennen sie nicht er braucht nen tenner für sprit ich lebe auf der überholspur kickdown ich nehm dich mit ins paradies du auf den beifahrersitz er wirft einen neidischen blick guckt wie peinlich er ist trägt nur kleidung vom kick ey komm her scheiß drauf ich ich